Das ist Philly. Sie hat zwei Schwestern und sie ist eigentlich ein ganz liebes Mädchen. Eigentlich. Hey, wollen wir ins Kino gehen? Aber wir wollten doch heute ins Schwimmbad gehen, Philly. Aber ich, ich will ins Kino gehen. Nein, ich habe gestern gefragt, was wollen wir morgen unternehmen? Und da habt ihr beide gesagt, Schwimmbad. Warum jetzt auf einmal Kino? Ja, weil heute der neue Fluch der Karibik-Film rauskommt. Und ja, in Schwimmbad kann man immer nochmal gehen, aber das ist die Premiere. Bitte. Was sagst du dazu? Ja, dann gehen wir eben halt ins Kino. Juhu! Wenn ich etwas will, dann kriege ich das auch. Und dann hat auch jeder mir zu folgen. Wenn ich sage, ja, lass uns zum McDonalds gehen, dann gehen wir auch zum McDonalds. Und Punkt! Filly ist sehr eigenwillig und dominant. Wenn etwas nicht nach ihrer Nase geht, dann wird sie sauer und zickig. Filly ist leider immer so. Sie ist ja auch die Jüngste von uns und auch noch mitten in der Pubertät. Sie mobbt Danny die ganze Zeit, weil er schwul ist. Ja, manchmal lache ich halt auch mit, aber wie gesagt, ne, man soll andere so akzeptieren, wie sie sind. Und ja, sie beleidigt uns manchmal auch und andere. Sie ist halt ein typischer Teenager, nur noch ein bisschen zickiger. Selbst im Kino kann sie sich manchmal nicht zurückhalten. Wie, es gibt keine Plätze mehr für die erste Reihe. Die erste Reihe ist komplett ausverkauft. Ich habe nur noch Karten für die hinterste Reihe. Ich will aber ganz vorne sitzen. Boah, reg dich doch jetzt nicht auf, Filly. Hinten hast du den besten Überblick. Nein, ich will aber vorne sitzen. Ich will schon die Depp sehen. Und zwar in ganz groß und vorne. Bitte, bitte schreien Sie mich nicht so an. Ah, ich könnte schon wieder hier alles umschmeißen. Sie sind richtig hässlich. Filly! Ah! Ah! Scheiße hier. Bitte entschuldigen Sie. Das war halt meine Kleinschwester schon in Ordnung, schon in Ordnung. Wir nehmen die Karten für die letzte Reihe. Okay. Wir hoffen, dass Filly eines Tages ihre Aggressionsprobleme in den Griff bekommt. Sonst kann das noch sehr böse enden. Ah, ist das eine Scheiße hier. Ihr seid alle scheiße.